Ja, jetzt warten wir noch kurz und dann... Genieße jetzt erstmal The Last of Us. Was machen wir denn hier? Kapitel oder? Wir zeigen immer ein bisschen Gameplay. Okay. Allein schon die Musik, die ist Oscar-verdächtig. Du mein Lieber. Junge, du hast doch gar keine Ahnung von guten Games hier. Jetzt gehen wir hier mal schön vorne ran, damit wir das jetzt auch gleich hier das Ganze... Ah! Feeling hier haben. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier mit Kamera und Ding spielen kann. Mal gucken, ob wir das hier da irgendwie reintüchten können. Ich bin ja eh so ein Gott hier. Schau mal, Matthias, wenn wir das jetzt... Wenn ich das jetzt so halte, mit meinen Füßen, kriege ich einen Krampf. Ach. Ach. Okay, wenn ich das jetzt mit meinem... Bein zu mir halte... Gleich ist es soweit. Ach. 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 Fuck. Alter. What you got, man? You got no way to go. Ah, shit, it's in here. Alter. Get over there! The fridge! 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 Also um 24 fährt die S-Bahn, oder? Ja. Okay, das schaffen wir. Du musst aber jetzt schon zusammenpacken, Jerome, weil das ist 2. Du kannst aber noch bleiben. Wie du willst. Du kannst noch eine halbe Stunde theoretisch. Aber ich werd jetzt gehen. Okay.